... mit Ihrer Energie bei Ihnen zu Hause. Sie als Zuschauer zu Hause sind dann in der Lage, hier teilzunehmen. Sie machen mit, Sie sind mit dabei zu Hause. Also besorgen Sie den Tisch im Wohnzimmer, egal wie groß. Aber tun Sie alles von dem Tisch runter, damit er leer ist, und stellen Sie auch sicher, dass wenn Sie den Tisch bewegen, oder wirklich bewegen, dass Sie nicht gegen andere Möbelstücke in Ihrem Wohnzimmer störst. Ich bitte Sie jetzt in mir her, Ihre Energie, Ihre Spannung, Ihre Aufregung zu investieren, und zwar bei sich zu Hause, bauen Sie diese Energie auf, diese Spannung. Wenn Sie sich konzentrieren, wird Ihre Energie aus Ihrem Körper durch Ihre Arme, durch Ihre Hände in den Tisch fließen. Und der Tisch wird sich bewegen, vielleicht sogar springen. Wenn sich der Tisch bewegen soll, dann wird es sich bewegen, wenn Sie wollen. Stefan, könnten Sie bitte hier die Prüfung abrufen? Sehr gerne. Wir brauchen einmal unsere prominenten Gäste heute Abend. Wir brauchen auch unsere Richter hier auf der Bühne. Mit einem herzlichen Applaus, bitteschön, für uns. An den Tisch bitte, jeweils ein Prominenter und ein Richter, und zwar bitte an den längeren Seiten des Tisches. Jemand, eine Dame, meine Herren, zu Hause. Lichten Sie sich bitte ganz genau nach meinen Anweisungen. Alle zu Hause. Legen Sie die Hände ganz leicht auf den Tisch. Ganz leicht auf den Tisch. Und zwar bei den Ecken, auch hier, Ecken. Beide Ecken, da. Die Hände auf den Tisch. An die Ecken. Und jetzt, breiten Sie die Finger, die Hände flach auflegen, und die Finger streiten sicher, und die kleinen Finger müssen sich jeweils berühren. Die kleine Finger des Nachrages, die berühren. Geht doch gar nicht, was für die Hände. Hm. Ich hab's schon gesagt. Ich hab's schon gesagt. Egal was passiert, lassen Sie Ihre Hände auf den Tisch. Das heißt, die Hände immer drauf lassen auf der Tisch. Und, kennen Sie nicht die Gegend an, lassen Sie einfach Ihre Energie flach. Ich hab's schon gesagt. Die Regier auf ihren Götter fließt durch ihr Arm und ihre Hände und bringt... Raus auf, wenn du, wenn du, wenn du bei dir ab... Manero! Du gehst auf dich! Eichat! Sei! Salos! Eichat! 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 schmerz schmerz ja schmerz schmerz die die händler schmerz hier schmerz schade hier 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 schade hier hier hier